Ja, das kennen wir alles. So, das mal schnell wieder hinter uns bringen. Dann können wir jetzt einen Quick-Safe machen. So, das ist gut. Ah, die T.A. Okay, Xoti, du rufst mal hier hinten Verstärkung. Das haben wir Probleme. Okay, jetzt muss ich Fenrir wiederbeleben. Also irgendwie ist das scheiße. Ich denke, bevor ich den großen totmache, muss ich erst die kleinen totmachen. Das heißt, du lockst den Auerochsen an. So. So. May I be a candle in the night. Okay. hat es noch gereicht nein nicht so gut das ist wirklich nicht gut das ist wirklich nicht ja das finde ich immer noch nicht gut ganz ehrlich nicht ich komme jetzt irgendwie nicht mehr hier raus weil ich den auerox nicht totkriege oder den auertaurus oder wie man ihn auch immer nennen möchte ja 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 Oh, 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 oh. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Okay, tödliche Überraschung gesagt, tief, gut. Ah, Xoti, du solltest auch nicht sterben. Oh, 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 oh. Warum will meine Formation gerade nicht? Dankeschön. Äh, nicht du, nicht du, Fenrir. Okay. Okay. Sag mal, passt der da nicht durch? Achso, er ist gefiert, okay. Okay, jetzt baller ich alles, was ich habe, gegen den raus, dass der weg ist. Der nervt nämlich. Ich glaube, das ist außerhalb von mir. Okay. Tote noch. Okay. 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 Sie ist tot. Du wechselst deine Waffe, bitte. Und Xoti ist schon wieder da und das ist nicht gut. Ich bin hier. Sehr gut. Wir sind Freunde. Das war's jetzt, bitte. Ach, da war noch die Sphäre. Danke. Hm? Absolut. Gut. Gut. Das würde ich fast schon als Absicht von Römer Grant bezeichnen, dass er mir das da hingegen geworfen hat. Aber ja, jetzt habe ich die Sonnenuhr und kann damit hier rumspielen. Hier und hier. Hm. Dann kommst du im Inferno unfasiert. Wenn Hedir auf dich gerichtete kalte Neugier fühlt sich irgendwie tröstlich an. Das Feuer flackert, Beard will es ausgehen. Du hast es also beendet, die Seele darin. Ja, seine Zeit war gekommen. Ich verstehe. Diese Geschichte ist nicht ohne seine Logik. Wir alle spielen eine Rolle in dieser Erzählung. Sie neigt dir den Kopf zu. Sie neigt dir den Kopf zu. Ja, es war eigentlich wirklich das Richtige, Eotas, äh, nicht Eotas, Weidwend zu erlösen. Nachdem er jetzt jahrelang in dieser Verdammnis feststeckte. Idee ja, keinen Bock mitzukommen. So, was passiert, wenn ich hier drehe? Also von der Abenddämmerung auf die Morgendämmerung. Dann erscheint hier so ein Teil. Schick. Und ich kann jetzt hier rüber gehen. Was mir absolut nichts mehr bringt, weil ich die Truhe auch so öffnen konnte. Schick. Schick. So wie ich auch einfach das Portal hier benutzen konnte. und hier drin konnte